Hallo, ich bin's, dein Günther, Günther Kluge. Ich wohne in der schönen kleinen Stadt Aue im Erzgebirge in Sachsen. Meine beiden Töchter, die eine ist schon erwachsen, die andere wird es bald, sind das Beste, was mir geschenkt wurde. Früher habe ich als Prüfer gearbeitet und genieße seit 2017 meinen Ruhestand. Seit meiner Jugend fahre ich leidenschaftlich gern Motorrad. Große Strecken führten mich nach Österreich und in die Schweiz und nach Italien. Die schönste Tour war nach Venedig und der Urlaub am Gardasee bei traumhaften Wetter. Was ist deine Leidenschaft? Fühlst du dich fit oder fröhnst du deiner Leidenschaft nicht mehr? Wie ich das meisterte? Anfang 2021 lernte ich durch meine Tochter die Produkte von PM international kennen und lieben. Regelmäßig bringe ich früh ein Tütchen und abends ein Tütchen und dazu noch Produkte zur Vorbeugung meiner Zipperlein. Ich bin ja ehrlich, ich war anfangs sehr skeptisch. Doch die Produkte haben meinen Lebensalltag wesentlich verbessert. Bei meinem chronischen Asthma habe ich schnell eine wesentliche Verbesserung gemerkt. Die Einnahme der Medikamente hat sich stark verringert. Natürlich, mit dem Motorrad fahren geht es fast wie in jungen Jahren. Große Touren ohne größere Pausen zu unternehmen muss ja noch ein wenig werden. Doch ich freue mich jetzt schon drauf. Nun wünsche ich dir alles Gute im neuen Jahr, viel Erfolg und Durchhaltevermögen. Dein Günther Höhen Gut Geht 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 Geht